Suchen Sie auch nach Einnahmen, die sich sehen lassen können? Dann steigen Sie doch ein in den Markt der Hörbücher. Ich habe vor ein paar Monaten mit einer sehr freundlichen Moderatorin gesprochen und überdies mit ein paar Freunden, die Angst hatten, mit ihrem Gardinengeschäft bald weg vom Fenster zu sein. Beide, die Dame und die Freunde, suchten verzweifelt nach zusätzlichen Geldquellen. Nachdem Sie mit mir geredet hatten, bekam ich zum Beispiel von der Moderatorin ein überaus euphorisches E-Mail. In diesem Elektrobrief bedankte sich die Frau für meine guten Ratschläge. Meiner Gardinenfreunde tat das lieber in einem direkten Gespräch. Beide konnte ich nämlich eine fantastische Verdienstquelle zeigen. Hörbücher Lassen Sie sich helfen von meinem Ratgeber Super Profit mit Hörbüchern. Lassen Sie sich von einer Verdienstquelle inspirieren, die nicht nur Freude macht, sondern Ihnen auch fast vom Start weg ordentliche Profite beschert. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsunion.de Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher Also Beide